Was eindeutiger und schon geht's los. Und da liegen schon welche. Ich weiß jetzt nicht welcher Vorteil jetzt ist, aber der größte von den Trolls ist auf dem Boden. Das ist natürlich für die nicht gut abgeprallten Flummi. Das gibt's auch. Und Ende. Jawoll! Das Konfer ist natürlich aufholen, aber das wird schwierig. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Was ist das?